Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici Liebes Zauber, 31. August 2017 Ein Herzesmann oder eine Herzesdame kann ich nicht herzaubern, aber mit meiner eigenen Methode in vier Schritten kann ich Ihnen helfen, die Traumpartner oder Partnerin zu finden im Leben, im richtigen Augenblick, im richtigen Ort zu sein. Und natürlich die richtige Liebe. Leben ist auch wichtig, da eine Klarheit zu bekommen. Es gibt ein Energiefeld für die Liebe. Das hat mit Planet Venus jetzt wenig zu tun. Und dieser Energiefeld befindet sich gerade im Tierkreiszeichnen wieder und hat uns eine wichtige Botschaft. Abwarten, geduldig zu sein. Wir meinen vielleicht, das ist gerade der richtige Moment, die Liebe zu leben. Oder ist die richtige Partner oder Partnerin, wo gerade in unserem Lebensweg kreuzt. Und diese Botschaft sagt aus, abwarten. Es nähert sich etwas und das ist die richtige. Und diesen Augenblick zu erkennen, dabei kann ich Ihnen helfen. Unten bei der Beschreibung befinden sich meine Kontaktdaten und Sie können mit meinem Managementbüro in Verbindung setzen. Wenn es schneller gehen soll, bin ich telefonisch erreichbar in meinem Hotline. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.